und damit halli hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge bussimulator hier auf öPNV simulation schön dass ihr wieder da seid ich freue mich und wir schauen uns heute natürlich hier heute die weiteren busse aus dem man dc an das hatte ich gesagt gehabt in der letzten folge dass wir uns das ganze mal so ein bisschen uns ausführlicher mal anschauen und im zuge dessen werden wir uns heute mal einen bus schnappen und werden natürlich mal ein bisschen modifizieren damit ihr sehen könnt dass die dcs untereinander miteinander zusammen passen dass ihr jetzt nicht denkt so ihr könnt zum beispiel diese busse jetzt nicht die anderen in einrichtungs dcs gar nicht mit den neuen bussen benutzen würde ich mal sagen wir fahren heute mit dem lion city a21 ja das sieht so ein bisschen aus halt wie unser kollege hier unser unser payware bus also unser saschen dieser pre order dc bus die hat hier vorne um also um auch diese dachbauten drauf und das hatte ich der a21 ja auch so sehen wir das ganze hat auf dem volt getrieben ist ein erdgas bus übrigens und die anderen sind diese genau das ist diese erdgas also sind wir hier auch ein bisschen grün unterwegs so muss das sein 350.000 soll sich natürlich dementsprechend auch ein bisschen lohnen sogar mal zurück hier in unserem bus holen uns mal den a21 und werden diesmal ein bisschen bearbeiten oder sehen wir hier zum beispiel in den bereich wenn wir jetzt immer so ein bisschen ranzoomen dass wir hier auch die ganzen texturen dementsprechend hier drin auch verändern können also auch bei dem neuen dc seht ihr das ganze funktioniert das und ja soweit eigentlich dann auch mit allen denn hier haben wir jetzt hier einfach mal aus jüxen laune abbrechen das ganze mal so hier machen und dann haben wir so schön klavierlack hier das sieht da man nicht aus und wollen das anwenden so sieht er aus unser neuer bus hier von einmal in der a21 und wenn wir heute mal ein bisschen probe fahren mal gucken wer sich fährt von daher würde ich sagen wir gehen mal hier in unseren streckenplaner suchen uns hier einfach mal eine schöne linie aus siegwalden lido 16 minuten das hatten wir tatsächlich oder nee als das sägewerk hatten wir nicht werden die hier dann fahren wir heute auf der linie 54 von daher würde ich sagen wir aktivieren das machen wird das nicht zufällig so muss ich erstmal bus auswählen hier hat irgendwer in den kommentaren geschrieben dass hier zum beispiel der solaris obino der vierten generation fehlt das stimmt aber den dürfen die gar nicht mit reinnehmen da das ganze hat kein payware bus also bus von still alive ist sondern das ist halt ja gemoddeter bus den man nicht einfach so benutzen kann den kann man nicht einfach mit drauf packen weil dann müssten die halt abtreten halt also technisch deswegen war eigentlich so so ein bisschen so der gedanke warum jetzt hier nicht so ein bisschen wie bei dem landwirtschaftssimulator einfach mal so ein mod editor hier auch einfach mit reinpacken dass man das ganze dann dementsprechend runterladen kann wie dem mod habe wie gesagt zum beispiel auch den landwirtschaftssimulator das finde ich persönlich eine coole sache vielleicht erwartet uns ja noch was vielleicht spätestens mit dem nächsten spiel denke mal werden wir da etwas haben so und somit haben wir das ganze schauen das ganze natürlich erstmal kurz wieder an selbstverständlich haben wir hier also wie gesagt unseren da ist unser erdgas bus auf der linie 54 und wenn wir hier wie gesagt jetzt hier reingehen sehen wir das ist natürlich das dlc package auch mit dabei so von daher türen zu los geht's auch hier unten ist wieder das radio links vom bus her hat sich natürlich nichts verändert groß ihr habt auch geschrieben 5,99 findet ihr in ordnung für für den preis bei manchen spielen kostet mit dem bus 5,99 welcher simulator um sie alleine kostet schon meistens 15 euro für bus also da ist man eigentlich schon gut bedient hier mit drei bussen hier gibt es ein paar probleme mit dem tablet und ich sehe auch das ist ein anderes tablet ja so okay hier gibt es probleme mit dem tablet ihr seht es flackert hier so schön vor sich hin ist kaputt hatten wackelkontakt geht nicht muss gepatcht werden flusspromenade auch schon mit der scheibe die hat so eine leichte riffelung drinne das ist ein bisschen angenehm ja es kam auch die frage warum spiele ich nicht mit lenkrad ich mag das nicht also ich mag das nicht mit lenkrad spielen und mit controller da kann ich auch gleich mit dem controller spielen wenn ich also wirklich jetzt so richtig bus simulation fahren möchte dann nutze ich auch um sie dafür das bietet sich einfach perfekt dafür an weil man muss ganz ehrlich sagen es ist halt um sie ist halt das nonplus ultra in der bus simulation also wenn ihr wirklich richtig bus fahren wollt ja ihr habt richtig viel spaß mit dem bus simulator hier ja aber ihr wollt noch mehr dann holt euch um sie das ist schon der maßstab aller dinge was war netze geblinkt beim geradeaus fahren nee geblinkt hallo ich habe geblinkt ja ich schwimme ich war auf der falschen spur das war es ich war auf der rechten spur und biege nach links ab macht sinn ja also wie gesagt da nutze ich natürlich dann noch das lenkrad dafür aber wie gesagt jetzt für die bus simulation oder sowas habe ich das nicht ausgemacht wollen sie wieder alle tickets oh gott ja das dachte ich mir ja jetzt geht es wieder los nein nächste folge mal ich das wieder aus oder könne ich brauche einige fahrkarten ja student drei stück und 3 euro 80 ja also wie gesagt da kann ich dann absolut denn nur um sie wärmstens ans herz legen gibt es allerdings nicht viel playstation ist halt so ein reines reine pc simulation aber jetzt hat es gefangen mit dem tablet also keine ahnung was das da war sehr mysteriös alles sehr mysteriös auch hier natürlich wieder eine sonnenblende fenster so 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 Dick, dick. So, nächster Halt ist das Rathaus. So. Ja, sieht so aus, dass das Tablet tatsächlich nur da oben, ne? Ach, nee, jetzt hat es auch gerade noch geflackert. Also da scheint schon irgendwas nicht hundertprozentig richtig zu sein mit dem Tablet. Das ist mir tatsächlich bei dem anderen Bus gar nicht so oft gefallen. So, Einzelstandard drucken. Zwei Euro, dass es hier immer noch so langsam ist. Einzelstandard drucken. Bitteschön, Türe zu. Und weiter geht's. Das sind angenehme Längen tatsächlich für den, für eine Folge. Oh, huch, hat noch Glück gehabt. Hat er nicht gewertet, dass hier rot ist. So, dann gucken wir uns in der nächsten Folge natürlich den Gelenkbus an, aus dem MRN-Bus-DLC. Und dann haben wir sie auch schon wieder alle durch, die Busse. Dann bin ich ja mal gespannt, wann es hier jetzt weiter geht. Also das kann wirklich alles nicht mehr allzu lange dauern. Haltebuch 3, dass wir wahrscheinlich schon mit dem, mit der Kartenanweiterung rechnen können. Und dann werden wir natürlich wieder voll zu lange, das werden wir natürlich durchspielen. So, wie wir es jetzt schon bisher machen, ne. Sehr pünktlich, danke. Bitteschön, sehr pünktlich. So, alles aussteigen, alles ausgestiegen. So, sieht gut aus. Also, dies ist er. Das ist also der neue Lion City Erdgasbus von MAN. Ja, sehr schick auf jeden Fall. Sehr, sehr schick. So, allerdings, wenn wir jetzt die Fahrt hier beenden. 19.000 haben wir bekommen. Wundervoll. So, sind wir schon wieder bei 12 Millionen. Wahnsinn. Also, das ist schon absolut fantastisch. Ja, also wie gesagt, dieser DLC, den findet ihr natürlich hier im Spiel. Jetzt mittlerweile hat man ja hier den Shop eingebaut, sodass ihr das Ganze jetzt auch hier kaufen könnt. 5,99 Euro das Ganze. Habt ihr geschrieben, also findet er jetzt nicht allzu teuer. Das ist okay für den Preis. Ich muss es tatsächlich sagen, das finde ich persönlich jetzt auch nicht zu teuer. 5,99 Euro hat man hier einen fairen Preis. Auf jeden Fall gewählt, muss man sagen. Sonst gibt es hier an der Stelle soweit nichts zu sagen. Wir werden uns halt in der nächsten Folge, schauen wir uns dann dementsprechend noch den letzten Bus an. Und das ist dieser Kollege hier, der Lion City A23 als Gelenkbus. Und da könnte man mal gucken, welche Linie man da wählt tatsächlich. Aber was wir jetzt schon machen können, ist, wir können den Bus schon ein bisschen modifizieren. Machen wir hier auch diese Lackierung ran, damit wir wissen, was sind so die Payware-Busse. Und welche sind so, naja. So, ich gehe mal ein bisschen ran hier, damit wir hier noch ein bisschen reingucken können, ne. Und, äh, ja, ich finde tatsächlich das hier am schönsten von allen. Und das passen wir dementsprechend jetzt auch an. So. Ich komme hier nicht mehr raus, warum? Wieso kann ich jetzt hier nicht mehr rauszoomen? Mysteriös. Na gut, dann müssen wir mal kurz mal wechseln. Also, hundertprozentig funktioniert das Ganze hier noch nicht, wa? Das ist ja Wahnsinn. Ich komme nicht mehr zurück hier. Hm. Hm. Na gut. Ich würde sagen, nächste Folge machen wir hier weiter. Dann erstmal wieder vorerst zum letzten Mal mit dem Bus-Simulator. Also, wenn ihr mal sehen wollt, wenn ihr den letzten Bus noch aus dem DLC sehen möchtet, dann unbedingt wieder einschalten. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und, wenn euch das Video gefallen hat, unbedingt ein Like da lassen, damit ich mich wirklich, wirklich drüber freue. Und natürlich das Video weiterempfehlen. Ist immer eine coole Sache, wenn ihr uns hier unterstützt. Solltet ihr Fragen haben oder sonstiges, schreibt es unten in die Kommentare. Und damit verabschiede ich mich. Bedanke mich, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.